Wir werden ihr blaues Wunder Ola Dann mach ich wohl A Ja, ich komm mit A Mit Brimstone C ist auch toll Kannst du voll long die ganze Zeit smocken Das mach ich auch gerne Spinpack here Okay, ich hab glaube ich verkackt mit dem Vogel Aber ich glaube der ist keiner Komm, Ziel eine Bombe hier, Bombe hier, Bombe hier B könnte was sein Je mehr umso besser Ich bin gesmoked Gegner gesichtet Ein Gegner übrig Ist hier Total geschlossen Ich kann nicht heilen Komm ich zurück Leute, gönnt euch Danke Prost Schönes Ding Schönes Ding Nein Oh Gott, was ist das denn? Das Takti-Häschen Verzüge dich, Rainer Zwei Arme in der Sennstebs Oh, wir haben keine Smokes hier Oh, shit Ich bin nicht da Schnapp sie dir Ja, auch eben ist nach Arsch What? Ich bin da an der Ecke Oh, das ist unsere Wo bin ich? Nice Ich hab ne Ghost Puh, wenn wir uns aber rushen, haben wir ein Problem, weil wir keine Smogs auf A haben Die blenden ja doch weg Hoffen wir, dass sie uns einfach nicht rushen Hast du gerade auf ein Hühnchen getreten? So ein Gummihuhn Warum schneidest du die Szenen raus, wenn dich jemand in Steam mit einem echten Namen anscheinend? Wir nennen dich doch auch Chris Hast du mich gerade recht gesagt? Ja Ja, ich komm aber auch Oh Guck mal, so blende man sich selber Oh nööööööö 70 der omen ist geschwächt ein gegner übrig noch die fachste ich hätte gar nicht getroffen lenke an nicht auf den kopf 130 können wir noch ja sieht gut aus ich kann nicht obwohl gardien obwohl nicht nichts hier ach was sie hat mich gesehen ich wollte doch wieder zurück 2 im spawn noch double doors in b oder ja wir sind schon auf b boah der shotgun ist so geil hinter dir geht es hinter dir sie sind tot ouch er hat gestorben die haben da ne wand gemacht rechts von dir noll toxine treten aus ein gegner übrig kein sap mehr letzter lebender verbündeter schön ja vor allem hat er sich dadurch selbst geschadet er hat gis zwar geblendet aber er konnte nicht rein sprayen richtig wenn die smoke nicht gewesen hätte er einfach von 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 hier sprayen können weil er von dort gis gesehen hätte aber gis ihn nicht lustig lustig talalalala ich hab da was mit dunkel gesehen einfach drauf schießen äh bei uns ist irgendwas hier lauf kleiner knallkopf sucht sie jo laden nach ladung raus kui doch b die könnten rotieren nee marley steht sehr kurz sehr nah stehn pack bereit also ich das besser das war mal ein anderer aber du letzter lebender verbündeter ich hab leider verkackt das war mal alle spike platziert neutralisiert oh schlager 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 oh ha Schön nochmal alles verballern Was man an Skills hat Jetzt steht nur einer durch die Bombe Pass auf Das war eine Echo-Fall Ich brauche Ausrüstung Ne, wir müssen eckern Ich brauche Beute Danke Dankeschön Ich bin für euch da, okay? Okay Oh, oh Okay, dann ist doch jemand Da wird das auch Meine Ult ist nicht bereit Oh, geil Natürlich ist da eine drin Oh, das ist doch Oh, das Was? Warum muss die Smoke denn jetzt weggehen? Können die nicht so einen Timer an sich dran haben, dass ich weiß, wann wir gehen? Das ist deine Chance Zähle doch einfach mit Sorry Aber das muss ich ja wissen, wann die gemacht worden ist Lade nach Ich glaube, bloß dann deine halten 17 oder so Und dann zähle ich für drei verschiedene Smokes auf 17 oder was? Jo Wieso Willst du sonst noch was von mir? Oder bau am besten so, so Stoppuren vor dir auf, so mit so Timer und dann immer Aber ähm Du kannst mich mal Ich beschwär mich lieber Ey, ich hab den Vogel gefangen Lade nach Schnapp sie dir Ich hab den Vogel gefangen Dann hat er das aus Nice Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten Noch mehr bei Wildas Je mehr, umso besser Spike bei Window Ladung raus Oh shit Hinterm Holz Das ist bestimmt eine bessere Waffe, oder? Lass den Himmel leuchten! Na komm. Da macht es nur noch zwei. Aber das war nicht... Doch. Das war die Geschwächte. Ja, ja. Vorsicht! Ah. Die Jagd beginnt! Ein Gegner ist hier. Spike platziert. Stimpeg hier. Was ist das? 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 Mach dich total kaputt davor. Hat sie schon selber auch noch. Ja, ja. Auf dem Anmarsch. Molly! Ich weiß... Gleich. Ace! Nein, das macht die Fall, von der nicht steht voll mit deinem Molly! Wäre fast 6k gewesen. Tut mir leid, falls ich alle alleine töte. Nice! Ich teile nur ungern. Kriege ich ihn mit den Beuten? Wie viel hast du der Viper gemacht? Auf die Viper der, sonst muss ich... ...eine bei knapp kommen. Fjetzt sie, obwohl sie so lange drin standen? Ja gut, Damage bei Teben ist glaube ich weniger, ne? Ja. Yes. Nichts. Die Scouter. Okay. Okay. Sorry Brim, Bad World. Ich seh hier nichts vor. Ah, da ist vielleicht A, guys. Ah, ich bin Zolt gelaufen da. C einer. Die letzte hat von Long geschmissen. Spike gesichtelt. Letzter lebender Verbündeter. Jetzt vielleicht smoken sollen. Noch 30 Sekunden. Oh. Du teilst gerne deine Kills, ne? Niemals. Ja klar. Sonst noch was? Finger in den Hintern. Danke. Danke. Was? Rauche aus. Was? Du bist jetzt arm? Achso. Hab ich nicht gesehen, dass du genug hast. Uh, 3 A. Okay. Mindestens 3. Hier. Suche sie. Klappe zu. Affe tot. Hier. Gegner gesichtet. Rauch ist raus. Oh, komm. 120 Omen. Stimpack bereit. Nichts. Außer wegen der Smoke. Molli. Ich bin schon wieder. Ja. Ja, ja. Viper hat 2 gesehen. 2 vor Double Doors. Loll. Oh. Noch 30 Sekunden. Hier. Letzter Leben der Verbündeter. Wie heißt das? Spike platziert. Kommt das auf die Bombenposition an? Fragezeichen? Ja. Steht man da echt? War das... Geht das so weit? Aber dann würdest du ja auf B auch sterben, oder nicht? Ich erinnere mich an irgendwas, ja, aber... Mark sie davon, dass sie jetzt von zwei Seiten verteidigen muss. Vielleicht sind wir jetzt tot, weil sie jetzt genau in der Ecke steht, die Mainz. Woah. Ja. Holt noch bekommen. Aber wir können nicht richtig kaufen. Ich mach ne halb. Ich mach voll. Ja, wenn ich jetzt halb kaufe, kann ich die Stone auch nicht richtig. Ich mach noch weniger. Äh... Ich mach ne Sch... Oh die. Stimpack here. Gegner gesichtet. Das ist was tolles gehabt. Die Augen. Ach komm, ja. Das ist was tolles gehabt. Die Augen. Jetzt geht die Party ab. Ja, endlich. Zeit für einen Spock. Oh groß. Zwei, Doppeldoss. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Letzter Leben der Verbündeten. Auf... Ach. Vier. Naja, für ne Echo. Die musste razzen. Wir haben zwei Kills trotzdem. Vielleicht sogar noch einen mehr jetzt. Jetzt hat sie doch in einem Weg abgeschnitten. Toxine die Sphäre aktiv. Deaktiviert. Wenn ich das hier mal von A kommen wird, oder? Joa, war doch okay. Hat jemand Geld über? Vielen Dank. Doch. Schon, schon, schon. I take double the guy. ... ... ... ... ... ... ... Geblendet... Aber zieh es weg. Die Jakt beginnt! Ich stepp's hier. Schnapp sie dir! Gegner gesichtigt! Jetzt kann er hier los. Ja, das war die Raynor. Nice. Oh, Falco verbrannt. Bitte sich freuen, ja. Ziel ist durch. Ich glaub einer ist im Spawn. Ich weiß. Ich scouter. Ich erledige das. Wir sind wieder long gegangen. Einer long. Rauch ist raus! Geht nicht. Rauch im Anmarsch. Jetzt. Rauch im Anmarsch. Ja, von da. Rauch im Anmarsch. Nice. Ich hab ihn glaub ich auch nicht getroffen. Letzte Runde in dieser Hälfte. Ja, 34 hab ich ihn gemacht. Warte, wenn ich meine Rüstung nicht erneuere. Ich kann dir kaufen, wenn ich meine Rüstung nicht erneuere. Rauche Ausrüstung. Danke. Das wird schon passen. Hab ich quasi ne kleinen Rüstung. Weicht kein Millimeter. Ladung raus. Ich hab Spray gehört hier. Los, kleiner Knallkopf. Was ist so rainy denn? Was ist das? Halt dich. Nice. Puh. Ich wird geblendet. Ich bin zurück. Gehs. Scheiße. Zwei kurz. Rauch ist raus. Spinpack hier. Heff. Nee, ist weg. Ich hab selbst gebombelock. Das sind glaub ich beide kurz. Was? Gegner gesichtet. Hier. Eingesperrt. Viper die Nano-Eingang. Stimpack bereit. Noch 30 Sekunden. Ah shit. Einer Long, einer Short. Gegner gesichtet. Ich glaub ich hab ihm die Bombe gesnackt. Gugui, gugui. Ein Gegner übrig. Wir haben keine Zeit mehr. 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 Wir haben keine Zeit mehr gehabt. Das sind die Kruppen mit dem Minigun so reingeschickt. Die ist halt so schwer, die Minigun. Seitenwechsel. Boah, jetzt krieg ich wieder Bock auf Team Fortress. Kommt nicht nochmal vor. Natürlich. Ich mach kurz Trouble auf C. Okay. Gegner gesichtet. Valko, flieg. Rauch im Anmarsch. Pinpack bereit. Oben bei hinten war einer. Ladung raus. Ladung raus. Was? 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 Eine Schl losers liggen. Einer is handen. Vorher bin der gelauert. Oah. Hä!? Letzend ieمef iρεmanter. Ach Long... aine wo... Hä? Er wurde doch als erstes weggesnackt von Long. Oder wir wurden gleichzeitig weggesnackt. Er und ich. Keiner hat mehr Feuerkraft! Ich pack das! Warum forsten wir? Okay. Nice. Fuck! Bitte! Ja! Season 2. Letzter lebender Verbündeter! Oh lol, der ist ja auch. Zwei platziert! Oh! Oh, so dunkel hier. Ist schon Nacht. Ich sag euch was. Diesen Typen würden Ferien auf dem Bauernhof nicht schaden. What? Oh. Alle zusammen! Hm. Okay. Keiner spielt B. Interesting. Oh, zwei spielen. Bombe geht A an A. Falko flieg! Oh, ich bin blind. Mehrere Gegner gesichtet. Falko flieg! Die Bombe ist alleine. Oh no, ich geh rüber gehts. Okay. Klappe zu! Affe tot! Ach komm! Der spielt halt alles durch! Auf dich! Du bist v Pawik ist weg! Letzter lebender Verbündeter! Oh oh! Wenn ihr eins von meinen Tieren seht, ist das gut verstanden. das ist ganz wahr ich wünsche mir können skills wieder verkaufen nach einer runde ich spare noch davon aus können die an oben eine pistole ich kaufe das übliche dass ich nächste runde kaufen kann ich spare noch zeit für einen sprung alles klar amtidamty kommt in amerika und verteilt headshots ich weiß nicht was jemand mit ihrer smoke hat da war jemand der hund klang ein bisschen gequält was machst du mit dem gist der wolf klingt ein bisschen gequält ein tiger klingt ein bisschen gequält was machst du mit dem sie zu und lernt aufstehen oh ja das ist ok da wird aus der wand flieg aus dem weg wir haben ein killlos was los danke einer sucht weg raus ist raus muss ich in drogen habe einen fliegen platzieren habe einen ja sie auch in der smog auf a ein gegner übrig Herze, Herze, Herze. Alles gut. Wir haben es, wir haben es. Ist sie gegangen? Oh. Ein Plan. Knallt einfach die Bösen ab. Natürlich. Ja. Oh. Meine Ult ist bereit. Ich gebe das Gold. Bereite Portal vor. Ich erledige das. Schnapp sie dir. Hier. Rauch im Anmarsch. Du nervst. Belohnung. Ach, Magen, sie ist Raid of a Red Infusion, verteilt zwei Headshots. Spawn war sie. Okay. Wend ab. Minusens zwei Onspot. Ja, im Anmarsch. Ein Gegner übrig. Nice. Tier. Auch Onspot. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Ein Gegner übrig. Letzter Leben der Verbündeter. Oh ja, das will ich sehen. Lass den Himmel leuchten. Oh. Aber es reicht nicht, oder? Schafft sich mehr, schafft sich mehr, schafft sich mehr, schafft sich mehr, schafft sich mehr. Nice. Du auch. So, du hast doch gut die Zeitrainer rausgezögert. Andere Brimstones hätten da um die Ecke gepiekt und wollten killen lieber. Killen oder pülen? Pillen. Pillen wollen die. Ja, dann kam der Doktor vorbei und dann Puff. Schöne, der Kahl ins Gesicht. Ich weiß nicht. Da ist der Omen, der kann nix. Der Omen, tatsächlich steht da ganz unten, aber ich hab nur das Gefühl, der gibt mir am meisten da auf den Sack von den Leuten. Das ist ein Swarm-Settel. Ah! Oh. Also es sind mindestens Sage und... Ne, da ist eine Sage und ein Belong. Rainer. Ja, wir rotieren auch schon, dass ich nicht gehört habe. Will zu ziel. Wow. Ja, es sind... Jo. Ich brauche einen Vogel auf den Punkt. Rauch ist raus! Nichts. Mach mal. Schill, quill. Der Verbündete. Das... Das ist die, weil die den Skills laufen muss. Aber das probiere ich manchmal bei... Wipe auch oft. Schön auch ne... Aua! Denk daran, da draußen miteinander zu reden. Kommunikation ist alles. Müssen wir wiederherkommen? Ja, du nicht! Ich brauche einen Beutel. Obwohl er macht... Ja. Wenn der nichts... Dann fließ den Revolver... Danke. Dankeschön. Geh, 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 geh. Schildröse hoch, bitte! Schildröse! Ja, leh, leh! Schildröse! Da vse, spike! Spike platziert! Alter! Ich hab den Kopf getroffen! Ich war nicht auf das Foto, ich hab in Double Dose gekämpft. Ich glaub, der Name auch, oder? Double Dose hat sich grad nicht überlegt und dann in der Ecke kam jemand raus. Und ich hatte ja nur ne Pistole. Krieg ich ein bisschen Beute? Haha, sie ist 100 knapp, oh nein! Danke! Soll ich vielleicht noch mit zu gucken? Fliegt da immer einer? Das war die Turretin. Das war die Turretin. Nein! Nein! Oh, nein! Rotate! 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 Da ist noch einer von denen von mir. Ja, sie brauchen nur die Tür. Letzter Leben der Verbündeter! Fuck! Echt? Hä? Wir haben niemand aufgemacht. Und dann kommen wir durch. Ja, aber wir haben sie gekillt? Hat irgendwer rotieren gesagt? Hab ich rotieren gesagt? Ach so! Ja, im Brust steht höre ich nicht. 390 damage? Nicht? Wie macht man denn 390 damage? Mit einem Schuss? Nee! Guardian! Oh, wo war der Kill? Rauch im Arsch! Wie ist die? Hast du geultet? What? Wo ist die hinten? Das ist ein Stimpack hier. Geht mir aus dem Weg! Oh, ich geh hier schon rein. Nein! Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten! Oh, nein! Letzter Leben der Verbündeter. Ein Gegner übrig. Warte, ich glaub hier keine Zeit mehr. Ja. Die dimensionale Struktur hier ist schwach. Ich kann's durchbrechen. Der letzte Schuss beim Sprayen, Chris. Ich hab's gesehen. Nimm da noch einen mit. Ja. Ja, komm her, lass mich rein. Hier ist ein OP in der Lunge. Chris, drück ich was. Ach scheiße, da geht man's noch. Ja, komm her, please. Right. A what? Von Long? Keine Ahnung. Äh, von B? Ich bin aber auch gerade erst hier angekommen. Ich war die ganze Zeit C. Mit hier. Ich hab aber doch das hier rausgekommen. What? Ach so, ja dann. Zeit für einen Sprung. Schöne Fähigkeit. Jetzt Fake-Sips und dann A gehen. Wunderschön. Und die Turule schießt auch noch mal drauf. Perfekt. Noch 30 Sekunden. Letzter Leben der Verbündeten. Alter, er ist ja noch dahin. Oh. Oh. Ja, noch am zweiten. Oh mein Gott. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die so schnell A ist. Schnell B-Push. B-Push. B-Laden ab! B-Push. Sie sind fertig. Ich bin unterwegs. Schmock am besten. Dann gehen wir. Ja. Schnell, 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 schnell. Gehen wir dann. Also, Smoke am besten einfach links und rechts direkt oder somat. platziert auch nein geschwächt hat sich vielleicht zwei schon anspott phoenix slow okay letztes window ist die letzte verlängerung ist verlängerung ist verlängerung wenn ich auf kill sky aus kill geil aus ist die race ich dachte er meinte mich nein du hast du warst der einzige schlau gespielt hat ja du bist der mit brain jetzt verstehe ich ja warum die viper hier auf einmal auf dem zweiten ist ihr wisst was zu tun ist wenn die eins gegen eins macht und eins gegen zwei dann ist es so dass die q von den gegnern halbiert wurde die können gar nichts mehr auf einmal doch eines dort der wandel da war eine holle war da ja für die wirklich jemand gewinnen ich brauche hinter dir heilung ach so je mehr umso besser aber bei dir war noch jemand für auch ja ja aber und sie ist vor mir hat sie da drauf gesprungen oh das lässt sich nicht mehr oh wieso mach ich bei so einem scheiß eigentlich mit ja ich muss was war das für ein prefon Feier! Genau in dem Moment, wo sie kommt. Ich hab kurz zuvor einen kleinen Pixel gesehen. Echt? Okay. Ich dachte schon, du hast erst geschossen und dann kam sie. Nee, da war was ganz kleines Rotes. Da muss man jetzt eh kommen. Ich wollte gerade sagen, warum ich sagt, ah, was ist der Chris? Oh! Irgendwas hab ich. Go, 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 go. Ja, mich, ich hab mich, ich hab mich. Lass uns direkt wieder long gehen. Vielleicht hat er kein Dings mehr gehabt. Scheiße, ich würd gleich sterben. Ja, im Anarsch. 140 noch gemacht. Am... Pse, Juru, tu sais quoi, gruff ist de püt? Markier mal wer. Lüt' mal. Meine Ult ist... Ich erlänge das. Wer ist hier? Diffuse? Nice. Supi. Letzter lebender Verbündeter. Ist mir der T-Bick da. Ich hab die Bombe geteweckt, ich hab ein Ei gelegt. Verlängerung. Ich durfte nicht mal abstimmen. Dankeschön. Dankeschön. Hältes die A. Ja gut, dann haben wir wegen Smokes. Okay. Aus allen Rohren. Lauf, kleiner Knallkopf. Halko flieg. Stimpeg bereit. Ich hab hier was. Lade nach. Hier. Die. Ich sehe hier auch eine. Stimpeg hier. Zwei Mitte, zwei Mitte. Hier. Mein Gegner ist hier. Wir laufen zu Richtung C. Ich glaube B. Ja, plant B. Spike platziert. Bei mir ist was. Ich glaube in der, in der Ecke. Wir müssen langsam. Egal. Soll ich auch fahren? Ja, kann sein. Puh! Jetzt haben wir die Führung. No. Aber er sagt ja. He spawned here. Ah. Double-dose kaputt sprayen. Sprayen? Ja, durchlaufen weiß ich nicht. Double-dose war immer ein Problem, habe ich das Gefühl. Keiner da. Ich habe die Wand auf B schon mal kaputt gemacht, falls wir durchgehen wollen. Oh, A ist gepusht. Ich muss mich katzen. Sollen wir A? Vielleicht pusht er jetzt. Ja. Jetzt können wir. Ich nehme noch die Kugel, dann plant ich und dann mache ich meine Ult. Erwischt. Ich mache für Long. Ja, das ist ein Turret. Shit. Äh. Meine Ult. Smoke. Oh, fuck. Falsch. Das ist doch. Ich erledige das. Ja, ja auch. Im Anmarsch. Helven ist Killjoy. Sie kommt halt ernsthaft zurück. Ein Gegner übrig. Oh. Ich habe schon mal die Räume markiert. Ich bin auf Zeit. Nice. Das Wachsangreifer gewinnt. Der war knapp. Wuhu. Maisliga. Ja, wir sind alle wieder in Maisliga. Hey. Ja, der Mais. Ja, der Mais. Ja, der Mais. Ja, der Mais. Marschiert. Wow. Da gibt es ja ein extra Bildschirm dafür.